Hey, was für ein Tag und vor allem was für ein Abend! «SRF 3 Best Talent Showcase» mit unseren Nominierten zusammen hatten wir so richtiges Fest und mit all diesen Überraschungs-Gästen. Heute ist so, so viel passiert. Ich bin am 1 in die Maske gekommen und nach Schlag auf Schlag weitergegangen mit Soundcheck, mit Stellenprobe. Das heisst, man schaut genau, wo man auf der Bühne steht. Wir haben natürlich alles aufgestellt, wir haben schon geprobt und uns einfach ready gemacht für heute Abend. Und wie man sieht, ist da jetzt auch die Vorbereitung immer neu voll im Gang. Die Proben sind gut gegangen. Es ist eigentlich alles jetzt bereit. Und das ist immer der beste Moment, wenn ich weiss, okay, alles läuft. Jetzt bin ich relaxed. Also der Look für heute Abend ist auch noch nicht klar. Ich nehme meistens an Konzerte verschiedene Outfits mit, verschiedene Hamper und so. Und dann entscheide ich eigentlich recht spontan vor dem Auftritt, was ich dann anlege. Vor dem Konzert proben wir sicher noch den Surprise-Song, der kann nicht nur geprobt sein. Den haben wir noch nie live gespielt. Hey, im Moment bin ich noch nicht so nervös, aber ich glaube, es kommt dann auch. Sobald ich mal auf der Bühne den Soundcheck hatte und so ein bisschen merke, «Ah, hier findet heute das Konzert statt», dann beginnt es einfach zu kribbeln. Oh mein Gott, mein Highlight! Es war alles auf riesen Highlight. Die Konzerte, die Musikerinnen und Musiker, die doch aber auch plötzlich so nervös gewesen sind. Gute Musikerinnen und Musikerinnen und Musikerinnen und Musiker. Danke für Friedrich, Friedrich, Friedrich!